Hallo Leute und willkommen. Ich bin ein bisschen überrascht. Eine neue Map. Das ist kacke. Ich kenne die Map nicht. Ich wollte gerade sagen, wir lassen uns diesmal nicht einfach so von irgendwo wegziehen. Aber ja. Ja, ich habe es auch einfach nur zum Spaß gemacht. Für die Klicks. Oh, das ist ein Polizeiauto. Hallo. Ich komme auch nicht. Komm auch zum Polizeiauto. Scheiße, ich bin gewinnt. Nein, 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 nein. Und natürlich ist Mike Meier. Und natürlich hat er mich nicht gesehen. Bis hinter der Hecke. Ja. Hey, guck jetzt nicht da, der Killer. Ise Auto. Ich bin, Alter. putz-up-üli Pencer auf der Straße. sulfur abends da. Interesting. Hopsin, das wird geschehen und ich ylg bin club. Werınız hat eigentlich gewonnen. Ich möchte ja... also dagegen war da Obertrecht recht 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 rechte Flanke der ist auch dahinten Hallo Polizei Hallo Hälfte Kinder hat das zu machen als die Generatorin in der Ecke der Bündchen dabei das war ein Beispiel in der Gartenhandlung dann ist das auf der Straße den ich mache den Fall ist das diesmal schaffen ich hätte es gerade eben geschafft in der vorherigen Folge aber ich dachte mir einfach nein da fühlt sich Mario schlecht wenn ich das schaffe das ist der Grund Alter das gibt es doch echt nicht oh fuck oh fuck oh fuck ich hab ihn gesehen ich hab ihn gesehen äh ich auch aber ok jetzt seht ihr den killer plötzlich kommst nach der Ausrichtung kommst du da vorbei hast du das gesehen? ok ich sehe den nach links laufen du kommst du von der rechten Seite ich bin auch so geboren ok ein und kreis ähm oh fuck ähm ok direkt neben mir alles klar ja und der Kinder sieht mich glaub ich auch hallo oh Gott oh Gott der kommt zu mir oh sieh 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 oh nein 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 das mach ich mit Sicherheit nicht er hat mich gesehen fuck also okay ich dachte es verfolgt er mich Prozent verfolgt erlich natürlich weiß es auch sehr gut sieh aber auch nach dem Mal vielleicht generatoren das wäre schön ich bin hier da an sie werden gemacht hat das ist ja ist klar ja ich habe ihn gemacht obwohl der Kinderdreck nehmen war wo ist sie ich bin weg ich dachte wohl sie er kommt dich holen ah hier ein weiterer Anführer fuck er kommt er ist auf der Hauptstraße ich brauche Hilfe wo bist du ich muss geheilt werden ähm ich bin am Ende der Hauptstraße also der Straße ich lache da jetzt hin ich brauche unbedingt Heilung ich bin jetzt gleich am Ende ich bin am Ende der Hauptstraße ja ja ich seh dich hier hier da Generator warte mal wir gehen bis nach rechts also das ist ein komm der Hauptstraße wer bist du du bist Mech ja 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 guck mal aus der andere ist ja nicht Mech ja ja guck mal aus der andere ist ja nicht Mech komm wir retten unsere Schwester ich hab dich gerettet ich hab dich doch gerettet von mir kam das nicht durch das ist voll scheiße Alter ja 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 ich hab mich hier so oft also werden wir sie in die Ferne in der Wartezeit geradeaus aber das ist nicht gut das ist das Vorteil er muss ein gewisser Volk habe ich das Gefühl er muss auch irgendwie nachteil haben ja der macht keine Geräusche also er guckt ne pass auf er ist unsere Schwester er camt einfach das ist eigentlich die Chance Generatoren zu machen ja mach mal sobald er da weg geht sag Bescheid weil ich mach den Generator vor sie im Haus Poniat Cheid 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 ich höre nicht einmal aber aer Kiloport er müsste eigentlich noch in der Nähe sein ei 씁 neineineineineineineineineineine,akte S*** wo ist er wo ist er ich war zu spät ich hab das zu spät gemerkt wo ist er ich weiß es nicht er ist weggegangen und da hab ich dachte ich bin kurz stehen geblieben weil ich dachte er wäre noch da ne und dann habe ich gesehen dass sie gerade kurz vorm sterben ist. Ich habe unsere Schwester sterben lassen. Weil ich nicht aufgepasst habe. Bist du hier? Ja. Ich habe unsere Schwester... Soll einer der wir machen eine andere Deckung, so? Ne, 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 wir machen beide die. Okay. Okay, ich hau ab. Ich geh mal ins Haus rein. Okay. Hier ist ein Generator drinnen. Okay. Oh, ich wollte eigentlich in die Richtung gehen. Boah, ich denke jetzt jeder Schatten, das ist der Typ. Oh, ich glaube, ich habe unseren Kollegen gehört. Ich bin mir nicht sicher. Oh, Mann. Alter, wo ist dieses Bastard? Oh, ich sehe den, ich sehe den, ich sehe den. Wo ist er? Oh Gott, ich sehe ihn auch. Er ist in der Nähe von dem Generator, den wir hier zusammen gemacht haben. ja dann bleibt doch da ich sehe meinen kollegen ich kann ihn heilen komm schon bleib stehen schlampe bleib stehen bleib stehen schlampe bleib stehen der läuft weiter ich will ihn doch heilen kacke alter warum verkackigst du die generatoren du laufst hier auf der straße rum also ich glaube jetzt einfach um auch über ein paar generatoren ich mach die einfach nicht mehr im stück wo ist der kannst du es ungefähr noch beschreiben ich habe ja noch nirgendwo eine kiste gesehen ich eine war mitten auf der straße aber da war ja wieder klar dass du die kreis ne ja aber war nur so billiges äh sunny kids und weg 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 also es ist es gibt noch einen ich glaube ich habe hier mega geilen generator gefunden einあっ qué er ist soi oben an dem haus und es gibt nur eine treppe und ich habe die treppe direkt im blick oh ich glaube der ist vor dem haus nein 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 neinain nein 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 Ich bin in den Geschenken. Alter. Oh nein, das sieht mich immer noch. Christophus, nee. Alter. Lauf, 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 lauf. Alter. Komm schon. Oh Gott, das ist ja gar nicht. Nein, 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 nein. Der ist aber noch hinter mir und er hat diese Scheiße Klinge. Und er hat sterbt. Nein! Nein, ich hasse diese Klinge. Die macht dich mit einem Schlag tot. Alter, wir haben es gar nicht geschafft. Oh, ich habe das ... Ich weiß nicht, ob ich jetzt sofort tot bin. ob das jetzt diese besondere klinge ist was man jetzt tot ist bitte nicht bitte nicht okay ich hänge noch mal also er kommt in eure richtung by the way an er kennt er kennt er kennt mit seiner klinge im anschlag ich muss ein ich habe das die luke gefunden ist mit auf der hauptstraße aufpassen er guckt glaube ich richtung straße ich bin nicht sicher also guckt ob ich jetzt gleich in eine richtung aber er ist auch wieder noch in der nähe nein ich habe ihn gesehen das ist so ein mühser wichser ich hoffe hier erst mal das Tor zu öffnen wenn du noch eins hast ne der ist beim Tor das ist nämlich bei mir das Tor ist direkt bei mir und der ist immer noch in der nähe wo ist denn der? was verstehst du an direkt bei mir nicht? jetzt guckt er gerade nicht das ist ja wo ich bin ne? ja da ist es wunderbar umso der läuft die ganze zeit hier rum dass problem ist weil ich sehe den gar nicht ja da ist hinter mir quasi ali durch mich durch quasi und dann um die Ecke ist ein Haus um diecat城 du könnt's mich theoretisch holen wenn du it dabe... aber der ist es wahrscheinlich direkt hier okay weg 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 Du kannst das Tor noch machen, wenn du willst Ich renne durch Ich hau ab auf jeden Fall Zum anderen Tor Oh mein Gott, das wird knapp Oh mein Gott, jetzt kloppt es noch irgendwie an der Tür Wer hat ich hier gerade Oh mein Gott Steingarten Was macht hier Kacke Wo bin ich, wo muss ich hin Scheiße Ah nein, ich bin kurz vorm Tor Nein Hatte dich Ich kann doch nichts machen, ich kann nichts machen Nein Alter, ich will nur ein scheiß Tor öffnen, bitte Fuck Scheiße Straße Am anderen Ende Kämpfer, kannst du das schon sagen Ja, so ziemlich Ich muss meine Schwester doch, ich habe schon eine verloren, ich kann nicht noch eine Er ist einfach direkt vor mir Okay, jetzt geht er ein bisschen Er guckt in den Hauptschluss auf die Hauptschlussse Verdammt, genau da wo ich herkomme Ich probiere einen Fluchtversuch Er kommt gerade in meine Richtung Ich weiß es nicht, 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 ich muss... Nein, ich scheiße, ich habe mich gesehen Du meinst, okay, okay, ich muss abhaut, Entschuldigung, er verfolgt mich Ich shall Oh Gott, oh Gott Lauf, 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 Lauf Lauf, 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 Auf, Lauf Auf, ICE nibb Questo wollte nur ein Tor öffnen, nur eins ich kann beide meine Schwester nicht retten Alter, ich will ein Tor öffnen ich brauche das unbedingt für eins meiner Themenwiesen Rituale den täglichen Morgen Rituale? ja waschen fuck ok ähm das was mit der ja ja echt mit der ersten Hälfte ja mit der ersten Sache Wollte ich sagen ro-ver-nopp nur bei mir wird zweitem Stück aufgenommen weil es geht ja jetzt extrem schnell hahaha ja das heißt falls Christian nicht schneidet habt ihr bei mir exklusive Szenen aus dem Ladebildschirm hahaha Hallo Chris Hi Alter der neue Mac Tom Mac Tom jetzt mit extra viel Soße ok roter Soße ich meine aber ich meine aber so Blut also so Blut Blut nicht aus den Beinen sondern Blut aus also ok ok ist ok ist ok ist ok von Mike Michael Fassbender ist ok ist ok Michael Fassbender bis jetzt ist es ok ich schwörs dir ne wenn das jetzt schon wieder Michael Myers wird ne alter bei Michael Myers muss ich vor allem jetzt immer an Austin Powers denken warum das denn? wegen dem Schauspiel da heißt es auch irgendwie was mit da heißt es auch Mike Myers glaube ich heißt der lol ich glaube irgendwie sowas heißt der aber wozu hat man das guck mal Nemo lasst mal mobben ich hab wieder weg ja Mike Myers heißt der Schauspieler und deshalb muss ich halt immer daran denken bei Michael Myers denke ich immer an aus den Powers ok egal so mal gucken welchen Kinder wir diesmal haben und ich bete darum dass es nicht wieder Michael Myers ist ey es ist aus den Powers ich darf's dir diese Stille bei mir hat man noch die Flasche also mich trinken ich glaub das ist ein bisschen nervig zumindest ist mal ne ordentliche Map ja so richtig schöner verfallener Kuhstall das wollen wir doch alle auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall und Dreck Generator es ist 100 pro wieder Mike Myers so wie immer groovy ähm bist du das? ich bin hier an einem Generator Alter wenn du das bist dann komm jetzt hier hin und schraub mal weg um es ist die nein es ist die Nörse es ist die Nörse die Nörse ist okay die Nörse ist okay die Nörse ist okay die Scheiße die Scheiße vor allem hat die mich erwischt Irgendwie der Nurse entkomme ich voll leicht, also generell denn? 3 Mags an einem Generator. Nein, es ist ja keine Mags, wir sind nur zu zweit und da ist noch einer nicht Mag. Alter, wir waren gerade fast fertig. Ziehen den Generator durch. Da kommt die Bitch. Alter, es ist vielmehr am Stück explodiert. Und da wieder auf Null. Der ganze Fortschritt wieder auf Null. Oh, die Dunkelheit. Hello darkness my old friend. Oh, trägt zwei hintereinander. Ja, die sind alle im Generator hier. Ich sehe die Nurse auch noch. Oh, nicht Alex. Ich will doch zocken. Mein Generator ist fast fertig. So, der hier wäre ursprünglich auch was fertig gewesen. Ich renne bloß zum ersten, den ich angefangen hatte. So ein Schrei halt, ey. Ich versuche sie mal zu holen, ich mache weiter an meinem Generator. Erledigt. Okay. Das ging schnell. Und ich habe verkackt. Egal. Weiter machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei Max sind diese Quicktime Events, also die, äh. Alter, das ist echt nicht normal, ne. Ich verkacke einfach alles an Quicktime Events. Alles. Ich auch ziemlich viel. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind auch viel kleiner als bei meinem anderen Charakter. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Ist sie bei dir? Nein. Aber sie hätte Grund dazu, ich habe sie schon wieder verkackt. Alter. Alter, wir haben jetzt sechsmal an diesem scheiß Generator verkackt. Ihr habt sie zu dritt eingeschafft und ich habe in der Zeit anderthalb geschafft alleine. Oh, ich hatte zweimal Quicktime Event verkackt. Mhm. Naja, ich seid ja zu dritt, deshalb muss es ja dreimal mehr sein, ne. Ist ja nur fair. Aber wir müssen uns unbedingt bald treffen, weil ich bin verletzt. Ja, wo bist du? Oh nein. Oder haben wir die Verbindung verloren? Hast du gerade den Generator gemacht? Ja, ja. Ich komme in die Richtung des Generators, wo bist du? Wenn wir noch in der Nähe, ich platt einfach hier. Ich bin am... Ich bin... ...jetzt am... ...Genera... Oh. Hör aufzunehmen. Hör aufzunabern. Hör aufzunabern. Hör aufzunabern. Hör aufzunabern. Komm her. Du kannst mir das nicht viel schlechter sehen. Hör aufzunabern. Vor... Wochen... Vor allen Dingen Wochen. Äh, kämpft du nicht den, ne? Ne, die ist unterwegs. Die ist auf Achse. Okay, hier haben wir auch einen, den verkacken kannst. Oh, oh. Die ist an großem Baum in Richtung Opfer. äh unserem dunklen Typen gucken wo wir jetzt wo es jetzt hingeht ich höre sie ich höre sie scheiße wo in der Nähe von hier ja jo 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 sie ist irgendwo hier in der Nähe die kämpft die kämpft nein der ist tot fuck Alter wir brauchen noch zwei Generatoren du hast mich nicht gesehen lalalala alles voll scheiße man jetzt komme ich extra dahin nur um zu sehen dass sie kämpft und und der Typ stirbt fuck sie ist hier ne sie ist bei mir da näher ich geh jetzt zum großen Haus ich seh sie ich seh sie wenn sie mich jetzt wenn sie jetzt den richtigen Schrank du... fuck nein bist du... hat sie dich am... also... jep nice nice ah wegen hast du vergessen? ja hätte eh nichts gebracht na toll und ich hänge so immer wieder Statusmeldung bitte geben boah sie ist ja sie ist im Feld irgendwo beim einen ist nämlich gerade in so einem Kreis gelaufen jetzt geht sie gerade ein bisschen weg von dir jetzt kommst du so wieder in die Richtung in deine Richtung ja ja sie kommt wieder zurück ich höre den Herrschag wieder ja sie ist bei mir sie ist im... am Haus an dem kleinen äh wo ist das überhaupt es ist links von mir ja ich sehs jetzt seh ich sie nicht mehr ich höre sie auch nicht Mario haltet euch ich hab schon zweimal äh sie kommt sie kommt sie kommt sie kommt scheiße ich schicke dich nochmal ein bisschen oder mach schnell ich seh sie nicht ich war weil ich meine Schwester nicht äh nicht äh sterben lasse ich folge dir komm oder folgt mir oder keine Ahnung es ist ein Kopf am Kopf rennen ich mache jetzt hier mal so seine verletzte Mensch schneller so und einmal hier so ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich mit dir zusammenlaufen will weil du mir auch so viele Probleme hast ja wir haben zwei Generatoren ich würde sagen bin aufgetrennt juhu oh Gott ich weiß nicht wovon wo der Schrei kommt ich hab so eine Vermutung woher kam aber das wäre blöd weil ich genau da hin will ich bin jetzt wieder an dem Haus und versuche es in einen Generator zu machen äh nicht im großen Haus ne nein ein kleines oh sie ist am großen Haus ok ich höre sie nicht mehr sie waren in der Nähe des großen Haus sie ist immer noch in der Nähe des großen Hauses hä Alter das gibt's doch jetzt echt nicht siehst du sie noch ich höre sie nur jetzt höre ich sie nicht mehr ich hab sie immer kurz gehört sie kommt in meine Richtung ok mein Generator ist zur Hälfte fertig ja mein er nicht ja mein er nicht Mario wir werden das überleben ich glaub nicht ich höre sie bei mir ich hab sie auch gesehen sie durchsucht die Schränke bist du im Schrank drin nein das ist ja gut weil sie weiß dass jemand dir in der Nähe ist aber vielleicht wird sie das ablenken nicht direkt sie ist immer noch bei mir ok ich schätze weil sie jetzt eine Kiste durchsucht wird sie auch nicht ablenken außer sie hat einen Park dafür und es ist eine Werkzeugkiste gut bitte lass mich diesen eigenen Generator schaffen bitte kommt sie kommt in meine Richtung kommt in meine Richtung sobald sie bei dir weg ist dann sagt sie bescheid ok ich höre sie nicht mehr kacke nein hört's nicht gut an ich sehe sie kacke der hat mich gesehen wie weit ist der am Haus ich weiß ja nicht an welchem Haus im kleinen Haus meine ich wo du daran gemacht hast was oh ihr seid in der Nähe kacke jetzt hat sie mich jetzt hat sie mich jetzt hat sie mich war der im kleinen aus der Generator sie hat mich kacke alter das fackt mich mega ab hier ist ein Haken schon weg hier ist ein Haken schon weg habe ich das falsch gemacht dass wenn ich Glück habe ja ich komme frei super so versuche ich weiß nur nicht wohin der der also mach keinen Generator versuch zu überleben und zum Tor oder so zu gehen oh Gott sie kommt musst du auch auch abbrechen ok sie geht wieder scheiße ist wieder in der Nähe ja ich bin hier in der Nähe mach sie nochmal nein kacke ne ich kann die nicht weiter ich muss hier weg ne bleib da sie ist bei mir ja sie hat mich mach du weiter ne ich kann nicht weitermachen weil direkt ein Haken bei mir ist achso ja dann ja die bringt mich auch dahin komm centre weg geht weg geht weg geht weg ich bin tot alter duele Hure ich weiß nicht, was los ist alter ich verkack' alles an Generator und ich verkack' alle Quicktime Events aufurn將 ne Entkomme. Versuche zu entkommen. Nee, lass mal. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Sie kommt zu dir. Fuck. Ich glaub, die hat dich im Visier. Nee. Oh, ein Bidikit. Lag das da gerade? Ja, ja, am Haken. Alter, der Typ gestorben ist. Also kann ich nicht schneller laufen? Ich versuchte ja nicht mehr, das würde ich irgendwie so langsam, ne? Schmeiß auf den Kasten weg, dann musst du weniger Ballast und bist schneller. Bumm. So, bitte, 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 bitte. Komm schon. Äh, iiii. 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 Ich kann in die reingucken. Und mit diesen verstörenden Bildern verabschiede ich mich von diesem Spiel. Ja, wir gucken uns die Endergebnisse dieses Spiels an. Ich würde sagen, die sehen uns halt einfach, also von meiner Seite aus, falls ich, wie weit du bist. Ähm, ja, ich wäre demnach auch fertig. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Dead by Daylight. Ciao, war bella. Äh. 敦. Ja. Nein. See an.